Die natürlichen Gegebenheiten in Vettelschoss waren vor fast 100 Jahren der Ursprung der Firma Kahlenborn, die seitdem unter anderem mit Schmelzbasalt passgenaue Lösungen für industriellen Verschleißschutz entwickelt und fertigt. Abrésist heißt der traditionelle Kahlenborner Schmelzbasalt-Werkstoff, der in Zylinder- oder Plattenform auf dem Markt ist. Die Verbesserung der Verschleiß-Eigenschaften dieses Werkstoffs war das Ziel der Arbeit von Florian Knopp, der im Labor des weltweit tätigen Unternehmens ein Jahr lang recherchierte, versuchte und analysierte, auch in Polen im Werk unterwegs war, mit dem Resultat einer bis zu 30-prozentigen Verbesserung des Materials. Das ist auch was, was einen sehr antreibt, wenn man eben sieht, dass die Arbeit nicht nur für das Labor und für die Akten gemacht wird, sondern auch irgendwann dann am Endabnehmer in der Anlage eingebaut und genutzt werden kann. Und lief es auf dem Weg zum Erfolg auch durch die enge Begleitung von Laborleiter Mike Thumar. Zahlreiche Verschleißtests, wie hier an der Böhme-Schleife, wurden immer wieder wiederholt. Verschleiß-Eigenschaften galt es zu bestimmen, zu diskutieren. Eine langwierige Arbeit, die am Ende ein optimiertes Produkt ermöglichte. Auch die Hochschule ist begeistert. Wenn ich jetzt das Alleinstellungsmerkmal dabei herausgreifen möchte, dann ist es eigentlich so, dass er die ganzen Laboruntersuchungen, die er durchgeführt hat, die Optimierungsmöglichkeiten, immer wieder hinterfragt hat und so intensiv hinterfragt hat, dass er immer wieder das auch abgeglichen hat mit den Kollegen in dem Unternehmen. Auch durch die wiederholte Nutzung der Laborkammeröfen, in denen Formen vorgeheizt wurden. Die Gießformgebung des Produktes folgte. Florian Knopp schaffte den Spagat von der Theorie über die empirische Untersuchung zurück zur Praxis. Und er wird dranbleiben. Nach wie vor ist er Werksstudent bei Kahlenborn, wird seinen Master machen und die nächste Werkstoffgeneration mitentwickeln. EINFELT SWISS TXT